Musik 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 Jo, hoi Leute Hey, hier gibt es noch Aufzüge Schon im neuen Stadtwerk Hallo Ja, sorry Leute, ich habe etwas vergessen, das zu machen Es tut mir wirklich leid, wirklich leid Oh, oh, das war's Hä? 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 Hä, ist das immer im Herzenhaus in einem Bürogebäude? Warum tragen man eine nötige Maske? Hä? Sein Bürogebäude heißt Haus Passt nicht Aber vor das Fahrrad Ich will eigentlich nicht testen, der hat kein Rotrad Aber ich glaube ich echt Zeig es auch Mal gleich vor das Ich möchte es noch ein bisschen auf mich vor mir Ja, klar Ich teste mal gleich Ach so, passet nix Ok, verstehe Passet nix So, neun, eins Was? Ach, das Kette ist gelb Warum da gerämpft wird Und was gibt es hier? Nix Hä? Die Aussicht hat schon Wow Eine schöne Aussicht Wuppe Leute Echt schöne Aussicht Ich konnte mal hier arbeiten Da gibt es die Aussicht 9991 Wir sind hier zusammen Dankeschön Mein bester Freund Ich Komm, sag mich auf Wartet Auf mich Hä? Warum geht es bei? Was ist diese Tür auf? Hä? Wieso, wieso geht das bei beide auf? Hä? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich komme schnell Ich muss alles mal mit der Tasche zumachen Das gehört Und Ich wohne noch ein bisschen wackelig Weit unter beiden Seiten Wenn du deine Hand frei hast Deswegen Kein Pipstone Pips 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 Blau, gelb Blau, äh Rot, blau, gelb Frisuren Natürlich Die Unterrensation Pips 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 Nicht nichts Was schon eigentlich Pips 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 Ich habe mich gefragt wie spiert eigentlich nur sowas eigentlich Wie wird eigentlich das gesperrt? Hm Jetzt muss ich mir mal die Sendung die Maus mal fragen Wie eigentlich pifen uns eigentlich und das überhaupt? Ich hab mich auch gefragt, die Soundöffner, oder? Achso, oh, Scheiße, die kommen nicht mal rein. Oh, dann muss ich nochmal von oben machen. Hey, ich hab mich gefragt, wie kann ich sowas spüren? Gut, egal, egal. Das haben wir uns nicht lang hier um diese Tür beschäftigen. Hier ist doch kein Tür-Fan. Ich bin so ein Aufzug-Fan an Leute. Schau mal, zum N9. Das ist die rechte Seite. Ich hab noch nicht, ich hab noch nicht. Es gibt Nord und Süd. Wir schauen jetzt mal hier. Nord, Süd, Süd. Hier, nach Norden und hier Süden. Ich glaub, Kopenhagen. In dieser Richtung Berlin. Und, äh, Kopenhagen. Und in dieser Richtung nach Österreich. Und diese Richtung, äh, rüberführend. Tschsch, tschsch, äh, tschsch. Ach, verdammt. Tsch, 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 tsch. Töch, tsch, 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 tsch. Töch, tsch, 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 tsch. Töch, tsch, tsch. Töch, tsch, tsch. Töch, tsch. Was muss ich noch machen? Sie kann keinen, Sie sind da gefahren. Achso, danke, aber Sie sind hier, glaub ich, da. Was? Wo waren Sie denn hin? Hier, ich war das am Nächsten. Ich war das mit anderen. Achso, okay. Ja, ich war einfach mit. Wie Sie möchten. Ich fahre mir runter, genau. Hey, das ist jetzt, das ist ein Geräusch hier. Oh, das ist ein Geräusch. Ach ja, das sind die Aufzüge. Was Sie meinen? Achso, ich dachte, das wäre schon mal diese blöde. Nee. Oh, gut, bei mir schon mal ein. Jetzt umzufüge ich noch mal, wenn es passiert ist. Oh, das war echt nervig. Nee, das sind die Aufzüge. Ah, diese Motoren. Mhm. Ach, da steht das auf Nerven, oder? Geht schon, ich höre es nicht, also da drinnen hört man sie nicht. Oh, das war echt nervig. Da hat man sie nicht. Ich teste das mit. Was ist die? Oh, das ist hier nicht drauf. Achso, ich hatte mich noch mal. Oh, das ist mir seit, seitdem ich trinke, ich hatte hier einen Umgang. Heute, noch mal. Ich versuche, ich hatte mich noch mal. Na, ich wollte, ich hatte mich schon mal. Entdeck mich so mal, ich habe ein Weg, Tschüss und halt gesund. Danke ihm so gut. Warum geht es hier? Einmal auf, ohne zu drücken. Ich verstehe es nicht. Jetzt tritt es wirklich auf. Oh, endlich mal. Also, das ist die zweite Fahrt, doppelt Fahrt. Äh, jetzt langsam, ey. Jetzt sind wir heute nicht draußen, nein, schon. Ich hab Angst, ich dachte, dieses blöde Geräusch, wieder in den U-Pöffel. Da will ich nie wieder hingehen zu Corona. Wie es ist, egal, ich will ihn nie wieder machen. Echt nervig. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Haus. Du, echt, echt modern hier. Das riecht wie ein Krankenhaus hier oder so. Und schon, ah, ich wollte ja mal schauen. Da müsste ein Glas Aufzug geben. Das hat meine Frau, meine Freundin erzählt. Darf ich mal, vielleicht morgen hingehen? Ich hab ja vier Wochen Zeit lang. Vier Wochen lang. An diesen Ferien, dann vielleicht nach Köln fahren und auf Laden. Und Hamburg, dann überall Berlin. Aber ich weiß, ich weiß nicht mal, vielleicht. Kamus ist, das ist... Ja, ich weiß, das ist Hackerbrück. Ich glaub, das ist Hackerbrück, glaub ich. Ja, da war ich ja schon mal, da gibt es eine Otis. Da war ich ja an... Da will ich noch hingehen. Unbegelt. Da gibt es einen schönen Glas Aufzug. Unbegelt mal filmen. Aber nicht in diese Woche, vielleicht keiner. Ich hab ja vier Wochen Zeit. Und es ist dahin. Vielleicht könnt ihr vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in drei Wochen filmen. Vorher in den Ferien. Könnt ihr noch filmen. Das ist hier, Nymphenburger Straße 1. Diese Anzeige kommt von... Lastenaufzug. Warte. So, komm, komm, komm. Hoch. Lastenaufzug. So, ein bisschen Lastenaufzug. Egal, egal. Kann ich mir die Tür. Warte, ich will Gott, was kam. Stell dich mir nicht zu, Raffen. Deswegen, ich stell mich nur kurz ab. Ich schau mal kurz. Es riecht nach Küchen hin. Aha. Hat sogar zwei Lastenaufzüge. Wow. Schau mal, es gibt ja einen Lastenaufzug. Geht gar nicht, da muss ich mit Hilfe an. Volle mehr. Ich hab ja keinen Bock zu fahren. Eigentlich, ich hab keinen Bock dieser Auftrittsland. Ich will nicht fahren. Ich will nicht, halt fahren. Ich will halt nicht fahren. Deswegen geh ich jetzt mal weiter zum nächsten Auszug. So. Ja. Jetzt sind wir fertig mit Filmen. Jetzt sind wir die Wechselung. Gebraucht haben wir noch wenig Zeit. Aber du, komm. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank für auszuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute. Und bleibt gesund. Ihr Elevator Fun. Ciao. Dies war diese Gebäude. Vielleicht in drei Wochen. Oder in zwei Wochen. Ciao Leute. Bleibt gesund. Ihr Elevator Fun. Bis zum nächsten Mal.